Liegt Harley-Davidson-CVO-Modelle 2023 Es gibt neue Informationen zu den Harley-Davidson-CVO-2023-Modellen. Diesen Monat sind im Web bereits die möglichen Harley-Davidson-CVO-Modelle Rot-Gleit-CVO und Street-Gleit-CVO aufgetaucht. Die Bilder machen einen echten Eindruck. Etwas verwunderlich ist allerdings, dass die Bilder offensichtlich direkt aus der Produktionsstätte des Harley-Davidson-Werks in York, Pennsylvania, USA geleakt worden sind. Wenn ich überlege, was für ein Alarm bei Harley-Davidson war, als ich bei denen die Infos zur Lowrider S117 gefunden hatte, werden bei dieser Nummer jetzt Köpfe gerollt sein. Neuer 121-Cubic-Inch-V2-Motor und ein neues multifunktionales Instrumentendisplay Erst gab es auf Befast Lane Garage nur die beiden Modelle mit dem 121-Cubic-Inch-Motor zu sehen und nun kommt aus derselben Fotoserie, allerdings von proper unter Strichbaggers die mögliche neue CVO-Kommandozentrale. Neue LED-Lichttechnik und eins der Highlights wird die neue Boombox sein, oder wie man sie auch immer nennen wird, denn ihr Aussehen wirkt wie ein neues und multifunktionales Instrumentendisplay. Harley-Davidson wird hier sicherlich den folgenden Weg einschlagen und die altbewährten Tachometer-Anzeigen in den neuen und riesigen Bildschirm mit integrieren. Die Frage wird sein, was passiert mit der Rockford Fossgate-starge iPower-Anlage? Das System müsste dann mit der neuen Kommandozentrale zusammenarbeiten, verschlechtern werden sie sich nicht wollen, die Anlage macht schon mächtig Sound. Die Tourenscheibe könnte elektrisch verstellbar sein, das sieht auf den Foto noch nicht wirklich fertig aus. Neuer 121-Cubic-Inch-V2-Motor mit variabler Ventilsteuerung Der 121-Cubic-Inch-Motor wird mit ziemlicher Sicherheit eine variable Ventilsteuerung haben, das Gerücht ist schon sehr lange im Raum. Durch eine variable Ventilsteuerung erwarte ich in den oberen Drehzahlen eine neue und überragende Performance gegenüber dem 117-Cubic-Inch-Motor. Obwohl ich den 117 er schon echt stark finde, der ist super abgestimmt und macht reichlich Spaß, mehr Hubraum wäre nicht zwingend notwendig. Mit knapp zwei Litern ist man eigentlich schon gut unterwegs. Ein sehr gutes Zeichen ist, dass Harley Davidson den mittlerweile sehr bewährten Milwaukee 8-Motor weiterentwickelt. Bekommen die CVO-Modelle 2023 ein neues Fahrwerk? Wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle und auf den Fotos die neue Upside-Down-Gabel erkenne, die großen Bremsscheiben, wo Brembo sein Werk verrichten wird, gibt es vielleicht noch eine Überraschung beim gesamten Fahrwerk. Das wäre natürlich der Knaller, wenn Sie hier endlich mal nachlegen würden. Warum nicht mal ein Nivomat verbauen, wie Wilbers es Ihnen erfolgreich vormacht? Die CVO Limited soll 2023 wieder dabei sein. Als gesetzt gilt die CVO Limited, die es 2022 nicht gab, von der werden in diesem Jahr wieder einige erwartet. Meine Preisprognose liegt bei den Street und Road Glide Modellen bei ca. 49.950 Euro. Wenn Sie ein komplett neues Design bringen, dazu den aufgefrischten Motor, neues Fahrwerk, neues multifunktionales Instrumentendisplay, dann liege ich bestimmt nicht weit weg mit meiner Vermutung. Die 2022 CVO-Modelle gab es noch ab 44.995 Euro, plus Aufbaupauschale und so weiter. Die andere Seite ist, mit diesen ganzen Neuerungen, fällt es einem sicherlich leichter, zuzuschlagen, sofern man eine von Ihnen bekommt. Die CVO-Modelle werden dieses Jahr nicht in großen Stückzahlen erwartet, was nichts Ungewöhnliches ist. Wann wird Harley-Davidson die CVO, Custom Vehicle Operations, Modelle? Und wann wird Harley-Davidson die neuen Harley-Davidson-CVO-Modelle präsentieren? Vermutlich wird es so laufen, dass Sie zur 120-Anniversary-Party in Milwaukee den Vorhang fallen lassen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie mit denen und den 120-Anniversary-Modellen die Parade anführen werden. Einfacher kannst ja keine Bilder um die Welt schicken. Bei uns in Deutschland würde ich nicht vor Juli, August mit Ihnen rechnen. Spannend ist zusätzlich die Frage, ob MED in USA oder MED in Thailand draufsteht. Es wird wohl nicht mehr ausgeschlossen sein, dass mitunter die Kapazitäten auf beide Länder verteilt werden. Wenn man jetzt einen Schrauber fragt, bekommt man zu hören, dass sie in Thailand sehr gute und präzise Arbeit abliefern. Es geht dann wohl eher um das Image, ob es einen stört, wenn die CVO nicht aus den USA kommt. Mittlerweile ist das wohl sowieso egal, wenn man sieht, von wo die ganzen Teile angeliefert werden. Das bringt ein globaler Markt eben mit sich und wenn wieder irgendein großer Dampfer im Suezkanal quer feststeckt, baut in beiden Ländern keiner mehr eine Harley-Davidson zusammen.